Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs prüfen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Prüft, prüfte, hat geprüft. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich prüfe, du prüfst, er prüft, wir prüfen, ihr prüft, sie prüfen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich prüfte, du prüftest, er prüfte, wir prüften, ihr prüftet, sie prüften. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geprüft. Du hast geprüft. Er hat geprüft. Wir haben geprüft. Ihr habt geprüft. Sie haben geprüft. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich prüfe. Du prüftest. Er prüfe. Er prüfe. Wir prüfen. Ihr prüftet. Sie prüfen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich prüfte. Du prüftest. Er prüfte. Wir prüften. Ihr prüftet. Sie prüften. Den Schluss macht der Imperativ. Prüfe du. Prüfen wir. Prüft ihr. Prüfen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb prüfen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.